Eeeh... Das ist eine Lieder, das darf man ja auch zeigen, wie man das Fahrpult ausmacht. Eeeh... Was haben wir denn hier? Irgendjemand, der frisch verliebt ist oder so? Jemand... Irgendjemand, der schon etwas länger verliebt ist und kurz davor, die Scheidung einzureichen oder so? Eeeh... Wo hast du deine Frau gelassen? Ach, die ist schon beim Amt, die Scheidung ein, weil ich nicht verstehe, na Gott sei Dank! So, und falls es euch beruhigt... Wir starten! Bringen wir euch rauf auf die 80 Meter, jetzt geht's los da! Herzlich Willkommen an Bord des süigsten und schnellsten Transportablenkettenkarussells, David! Jetzt... Jetzt... Jetzt geht's los! Jetzt... Jetzt geht's los! Wir starten, starten, starten... Ding, 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 ding! Yeah... Ja... Ich kann mein Haus von hier aus sehen! Ja, ich mein's nicht, aber es ist auch über 700 Kilometer entfernt, ne? Freunde, die Einwürde uns rum her erstmal so ganz dort auf, glaube ich, ganz entspannt zum Anfahren. Ja, dann schauen wir uns das Ganze erstmal an, ne? Ja, 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 ja. Achtzig Meter homie waren Salzburg, schneller, schneller, schneller Oooooh! Atenillon! Ja, Freunde, dann genießt mal den Ausblick da oben, hey, denn das hier ist es, das höchste und schnellste mobile Kettenkarusende recht. Heute am letzten Tag auf der Salzburger Lund, ja, der heute nicht mitfährt, kann theoretisch in vier Wochen nach Innsbruck kommen. Oder in einer Woche nach Annaberg oder in gefühlt zwanzig Wochen nach Dürren, Bad Arolsen, Horns, Bonn, Stuttgart. So, dann bin ich seine Häuser oben mal wieder unter. Ja. So, aber wer jetzt dachte, dass wir es gewiesen, der hat sich gewaltig spielten. Jetzt kommen wir zum Finale. Und wir müssen jetzt gehen so stark. Die vollen 70 km zum Akkübbeln, der letzte Schuss, der noch muss in eine Schuss hier. Jetzt aber los. Finale. Hopp, 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 hopp. Los, ab, los. Das sind die Schuss. Das sind die Schuss. Das sind die Schuss. ZERO Meine Damen und Herren, im Rahmen des künstlerischen Freihaums habe ich ab und zu mal die Gelegenheit dazu, eine ganz bestimmte Frage zu stellen. Wie schaut es aus? Wollt ihr alle noch eine Zugabe? Seid ihr eingeschlafen? Wollt ihr alle noch eine extra Runde? Macht mal ein bisschen Stimmung, es war viel, viel, viel zu leise. Wollt ihr alle noch eine Zugabe? Feine Hüte, Salz. Geht das noch ein bisschen lauter? Mal alle zusammen, wollt ihr noch eine? Ah, siehste, geht doch, dann würde ich sagen, in einem machen wir noch. Jetzt aber extra Runde hier. Komm schon, los! Achtung bitte, bringt euch nochmal rauf auf die 80 Meter. Jetzt aber los hier. Extra Runde, wir kommen schon für unsere Gäste nur das Beste. Jetzt geht los da! Achtung bitte schön, die vollen 70 kmh, jetzt ganz hoch und an der Spitze. Die extra Runde, Let's go, ready, jetzt geht's los, yeah, attention! Extra Runde am höchsten und scheiße mobilen Kette, Carussell der Welt. All right, achlo, wir setzen zu den anderen, alle Schröder hat ein Ende. Ja, heute zeigen wir Salzburg mal wieder, wie richtig Carussell gefahren wird, ne? Wir setzen zu den anderen an, wie back to base. Wir landen, wir halten, ja, irgendwann muss es auch mal reichen. Das war eure Extra Runde, ihr habt's geschafft. Schön, dass ihr da wart. Zum Aussteigen bitte an den roten Gurten ziehen und die Bügel nach oben drücken. Hinter links und hinter rechts, jeweils auf den Seiten, geht es raus. Neue Runde, bitteschön. Das Wiederkommen nicht vergessen.